Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 Remake. Wir dürfen jetzt wirklich keine Zeit mehr verlieren. Es ist jetzt der 16. September. Am 21. September kommen hier die DLCs raus. Die oder das DLC. Was schon lange erwartet wurde von den Leuten vor allem, die das Game schon durch hatten. Und ja, wir hängen hier noch in Kapitel 7. Es ist jetzt 41% vom Game gerade. Wir müssen hier vorankommen, weil ich möchte schon irgendwie das DLC dann wenigstens pünktlich wieder anfangen. Das heißt, in den nächsten paar wenigen Tagen muss ich jetzt hier richtig durchziehen und das Ganze beenden. Ja, zu spielen wäre ja vielleicht gar nicht mal eine große Herausforderung. Das wird machbar sein, nur muss ich das Ganze ja noch immer schneiden. Und so dumm wie ich mich anstelle in letzter Zeit hier, gibt es da immer sehr viel zu schneiden. Und was halt auch noch so ein Ding ist, ich sehe mich, wie man ja auch gerade wieder merkt, ein bisschen zu lange immer um. Aber es lohnt sich, weil Digga, man hat halt teilweise echt viel zu wenig Ressourcen. Also sowohl Munition als auch eigentlich alles. Und das ist jetzt ja dann natürlich ein bisschen unschön, wenn man sich dann auch noch dumm anstellt. Die Kombination aus keine Munition haben und dauerhaft welche verballern ins Nichts bei gar nicht mal so schwachen Gegnern hier ist halt nicht so geil. Kommen wir hier eigentlich mit Ashley hoch? Ja, okay. Dann machen wir das auch mal. Oh shit. Warte mal, wir können doch auch hier... Achso, das... Warte mal. Wieso haben wir es noch nicht gemacht? Shit. Vielleicht sollte ich jetzt auch erstmal wieder auf Ashley aufpassen. Ah. Ah, das meine ich. Noch gut. In die Knie wollte ich eigentlich noch schießen. Oh shit. Oh shit. Ich helfe dir. Es nimmt kein Ende. Ashley rennen. Oh shit. 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 Ach, komm. Shit. Nein. Nein, ich hab Ashley getroffen. Oh, so dumm muss er doch erstmal sein. Na super. Das Ding ist aber auch, ich hab keinen Plan, wie ich mit diesen Gegnern mit Schild umgehen soll, ey. Also mit einer Granate geht's. Also mit einer Granate geht natürlich immer easy, aber äh, ja sonst ist es halt echt schwierig, finde ich. So, wir können aber auch mal, wobei wir haben, wobei wir haben, wobei wir haben, wobei wir auch noch gar nicht so viel zum herstellen. Oh shit. Scheiße, wir können normale Granaten gar nicht selbst herstellen, ne? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Die haben relativ viel. Aber wenigstens, Alter, brauche ich hier nur zwei Schüsse. So, kommen die hier schon? Okay. Also die normalen Gegner zumindest, die sind jetzt... Super. Da muss ich nicht so viele Schüsse dran verschwinden. Und dann verschieße ich erstmal... Fünfmal oder so war das jetzt? Sehr gut. Ach komm, ich weiß nicht, ich wollte den schon auf Distanz töten jetzt. Ich dachte, oh, guck mal, dann spart man sich vielleicht die Munition, weil dann hat der ja nicht den Schild und... Ach komm, Alter. Oh Gott, nein! Ashley rennt den aber auch richtig in die Arme, ne? Ist ja auch nicht so klug. Ah, nein! Ihr dummen Penner. Oh shit! Huh! Schafft Ashley das da drüben gerade? Nein. Nein, schafft sie nicht. Hey, dummen Penner, ey. Okay. Da kommt auch keiner mehr. Nein! Nein! Nicht da lang gerade. Kann ich einfach... Oh. Das hätte man auch mal früher wissen müssen, ne? Ah shit, da kommen noch welche. Ja, komm lieber mal. Komm, 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 komm. Alles klar bei dir? Ja, danke. Okay, okay, merken auch. Ein Pumpschuss gegen so ein Schild. Wäre mal eine Option, ne? Ach, scheiße, ey. Ah, lol. Komm. Alles klar. Alles klar. Leon bewegt sich. Leon bewegt sich so komisch. Ich glaube, dem geht's nicht gut, dem Herrn, ne? Ah, nehmen wir mal die Schlange. Ah. Ich glaube, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Zügle dich, Kind. Ashley. Ach, schade dich. lol aber was war das denn sie war so ein bisschen besessen irgendwie plötzlich ne ach du scheiße mach weiter das Messer haben wir aber wieder ok verdammt was soll das hier so es gibt Waffen mit Spezialabgrade was zum Teufel ich mein wir haben jetzt ordentlich Cash ne wie wärs was wurde uns da grad markiert was können wir da neu nehmen oder Schutzweste rein damit bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren oh nein ich wollte grad fragen die nutzt sich ab ne super das wird ja ein Spaß haben wir irgendwas zum verkaufen noch ja komm das noch das noch ja zack und dann lass nochmal irgendwas tunen das kann ja alles echt nicht schaden eigentlich Angriffskraft reparieren vielleicht nur bei der Pistole Angriffskraft haben wir da schon auf dem Limit Angriffskraft von der Pump vielleicht aber das ist echt teuer machen wir mal Angriffskraft von der Sniper hier mhm mhm oha schön ihr seid tot okay gut das ist einfach krank was zum Teufel okay jetzt sehe ich da unten noch die die Weste gloria 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 Ach komm, Digga. Können wir Landgranaten herstellen? Haben wir auch genug für? Machen wir ja sowas von, Junge. In der Hoffnung, dass die Gegner da auch schnell davon kaputt gehen. Ja, super. Was war das denn jetzt? Zack. Ich krieg einen Kollaps, Alter. Was ist das denn? Hoch da. Wenn das sowas bringt, wäre ja schön jetzt. Boom. Zack. Du Penner. Weg da. Nein. Nein. Ich wollte auf die... Wo ist der? Jetzt ist er weg oder was? Ich wollte das... Ah. Wollte das Fass... Oh. Wollte das Fass anschießen. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Na komm. Das kriegen wir auch ohne Messer hin, mach. Reicht's, Alter. Scheiße. Scheiße. Warte, wir haben doch den Bolzenwerfer auch noch dabei, ne? Mit der Sprengmunition. Das wäre nämlich dann bei dem jetzt hier gar nicht mal so unpraktisch. Hat denen jetzt nur nicht so viel Schaden gemacht, irgendwie, ne? Ey, komm. Spring. Ja, komm. Nimm dir... das Zeug und weiter. Oh, warte. Ganz viele auf einmal. Landgranate. Rein da. Und bitte, das Ding hat uns viel gebracht, mal. Ich kann nicht mehr. Oh, du Penner. Ne, Glorien ist der. Halt's Maul. Verdammt. Ah, komm, lass das. Was kann ich denn hier eigentlich machen? Was höre ich denn noch? Vor allem von wo? Karmesin-Rote Laterne. Ah. Wo ist der Typ mit dem Umhangen hin? Ah, der hatte vorhin diese Laterne an seiner Kacke da dran. Aber hat der sich hier verwandelt? Oh ja. Das ist der, ne? So. Jetzt können wir das Ding hier dranhängen. Basically ja auch einfach nur ein scheiß Gewicht. Hätte ja auch einfach dran ziehen können. Na. Geht nicht auf. Wir haben echt nicht mehr so viel Munition. Und vor allem ist die Weste ziemlich angeschlagen. Und wir haben auch nicht mehr Heal, ne? Bin ich jetzt kein Fan von... Also haben wir auch nichts zum Herstellen. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen. Oder? Nach sechs Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß. Vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Was zum Teufel. Ja, wir wussten davon ja schon. Lithographie, Stein B. Aber ich check immer noch nicht, was die hier macht. D. C. Oh, mir fällt gerade was ein. Scheiße. Es war doch noch eine Kiste. Wieso habe ich die denn übersehen? Können wir noch so weit zurück in den Raum gerade da? Weil da war doch auch noch eine Kiste, wenn ich mich nicht irre. Da, ja. Ey, wie habe ich das gerade die ganze Zeit übersehen? So. Stein A fehlt uns jetzt aber noch, ne? Wo ist er denn? Oder ist der hier schon drin? Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Nein, nee. Wie suche ich mir denn aus, wo ich was reinpacke? Hä? Hä? Ah, jetzt sind die alle drin. Okay, warte mal. Ja gut, dann ist ja easy. Den mit... Den hier hin. Den da runter. Nee. Es müssten zwei rote sein. Ach, warte mal. Man kann die drehen. Ist ja... Ich dachte schon gerade, wir hatten doch Schild-Ding da. Warte mal. So, der kann da hin. Das könnte auch da hin. Das passt hier nicht. Schauen wir mal, was der hier hatte. Ähm. Das passt so... Nee. Ach, doch. Ja, okay. Bei dem erkennt man ja nicht, ob es ein Quadrat ist. Stimmt. Müsste passen. Okay. Jetzt nur noch Ashley finden. Illuminados 3-2 Höret das Signal zwischen den Bergen wiederhallen. Felsen zerfallen zu Kies. Die Mauern der Burg zerbröckeln. Seht die glutrote Farbe des Nachthimmels. Ein Strom verdorbenen Blutes besudelt die See. Opfert euer Leben und das Blut eurer Feinde. Tut Buße für die Sünden eures vergangenen Lebens. Ach. Ach. Ja, super. Stellen wir schon mal wieder eine Blendgranate her. Na, klasse. Kleiner Schüssel. Den können wir theoretisch auch wieder in dem Raum hier benutzen. Also, in dem hier vor. Taschenuhr. Mhm. Dann jetzt hier durch. Ach du Scheiße. Das braucht man eigentlich immer für so eine Blendgranate. Okay. Ja, das muss sein. Muss man sich gleich eigentlich nochmal eine herstellen. Vor allem, wenn wir jetzt noch öfter auf solche Viecher treffen, ey. Da sind die Blendgranaten halt echt gut. Moin. So, wir haben jetzt hier ein bisschen was zu verkaufen, ne. Ach. Und jetzt können wir eigentlich schon wieder die Weste... Dass man die auch nicht upgraden kann. So wie das Messer irgendwie mit Haltbarkeit oder so halt, ne. Rohstoffe, ey. Können wir natürlich auch mal kaufen. Das ist gar nicht so teuer. Also, eigentlich... Komm, und Essliefespray auch. Hier die Magazingröße oder die... Angriffskraft. Ja, komm, machen wir es jetzt. Das ist halt sauteuer. Egal jetzt. Das sollte dann hoffentlich auch viel bringen. Sie meinte, ein Treffen mit dir reicht dir. Die Brücke. Ich war die vorliegende Zurückhaltung sowieso langsam. Lassen Sie uns ein Spiel nach Sarasar-Manier spielen. Sind da noch mehr? Ah, ja. Mit der Pistole können wir das da jetzt runterschießen, ne. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das Ding ist nicht tot, okay. Wollt erst grad sagen, ist ja cool. Ein paar Papp-Shots reichen ja auch. Ne? Tun sie nicht? Junge, Junge, Junge. Machen wir hier auch erstmal wieder Pause. Wir sehen uns im nächsten Part. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Ansehen. Bis dahin.